ja leute ich bin wieder da das ist meine normale beute standard angriff also meine armee könnt ihr hier sehen ja hier sind die bomben vier bomben zehn ballons einmal pk und tunnelgeräber neun stück yeti 2 golem 2 hexe 5 und diese ballon ja und könig königin wächter und später kämpfen ja leute es danach schnell zauber eiszauber erbeben somit könnt ihr fast mit dieser taktik komplett dörfer löschen ich zeig euch mal jetzt wie ich das gemacht habe dann mal los hier fängt es an hier fängt das an so müsste das auch genau machen oder anders versuchen das wird auch gehen warum soll das dann nicht gehen klar des war inaktiv aber meine taktik meine angriff ist auch zu stark für diese dorf und auch wenn aktiv dorf vorkommt dann kann ich auch locker weg pusten werde ich auch noch videos machen und aktive dorf ich auch den so platen kalt machen ihr seht ja ihr seht ein ballon geht hier in vier stück drei stück und einmal hier pekas mekas alles sind am start alle greifen alle arbeiten zusammen alle kämpfen zusammen und somit klappt das auch somit klappt das auch wie das so schnell gehen kann hat man es gesehen ja somit ist diese komplette dorf asche geworden asche königin geht außen ballons sind noch am leben und somit ist das 100 prozent leute war schönes angriff war schönes taktik das ist meine standard taktik also beute angriff taktik ja könnt ihr auch versuchen probieren und dann wird es schon klappen den geschmarrn hat die versucht was ciao leute ciao ciao leute